Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind und dass man überhaupt wieder draußen sein kann und solche Veranstaltungen machen kann. Mein Name ist Jan Karge und werde jetzt hier gleich moderieren. Ich freue mich sehr, dass wir eine Runde von KünstlerInnen hier auf der Bühne haben, wo wir aus jedem Genre was haben. Wir haben den Musiker, den Maler und die Autorin slash Filmemacherin, die ich gleich nochmal einzeln vorstelle. Und das Thema, Sie haben es vielleicht im Programm ja wahrscheinlich schon gesehen, ist überschrieben mit Künstlerkolonie Brandenburg. Es geht also darum, dass KünstlerInnen aus der Stadt nach Brandenburg kommen, um hier was zu finden. Was finden Sie eigentlich? Das verbindet uns ja alle auf der Bühne, dass wir aus der Stadt den Weg hier rausgefunden haben. Was macht das mit der Arbeit? Ob es alles Kolonien sind oder ob wir hier alle als Individualisten sitzen, das können wir gleich auch noch im Laufe des Gesprächs klären. Das war auf jeden Fall der Titel und das Schlagwort Künstlerkolonie Brandenburg. Und voraus ein paar kurze Überlegungen, bevor ich meine Mitdiskutanten und Mitdiskutantinnen einzeln vorstelle. Denn Dualismus Stadt und Land, den gibt es wahrscheinlich genauso lange, wie es Städte eben gibt. Im antiken Rom zeichnete sich die Patrizier dadurch aus, dass sie eben Latifundien hatten. Sonst konnte man gar nicht Senator werden. Könige der Ressaisons oder Grafen und Fürsten wie Hardenberg hatten sowohl ein Stadtpalais als auch einen Landsitz. Und auch der erfolgreiche Industrielle in Manchester oder im Ruhrgebiet hatten die Pendel natürlich auch zwischen ihrer Stadt und ihrer Landwilla, dem Landsitz. Und das gilt auch für die Kunst der Moderne. Die Impressionisten, Expressionisten, sie packten die Pinsel und Staffeleien, flohen dem Pariser Kulturleben, um auf dem Land das Licht zu malen. In der Literatur war es zum Beispiel Thoreau, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Abgeschiedenheit am See Walden lebte und schrieb. 100 Jahre später zog es Jack Carrack in die Berge und ins Zen. Und Berthold Brecht entfloh Berlin hier nach Buko ganz in die Nähe. Heute wissen Autorinnen wie Julie C. oder eben Lola Randl sehr gut über Brandenburg Bescheid. Und tatsächlich sind ja Künstlerinnen und Kulturmenschen grundsätzlich erstmal Stadtpflanzen. Viele von ihnen scheinen aber eine ganz besondere Beziehung zum Leben und dem Arbeiten auf dem Lande zu haben. Warum das so ist und was der ländliche Raum eventuell selber davon hat, dass die KünstlerInnen hier rauskommen, das möchte ich hier diskutieren. Den Dualismus Land-Stadt gibt es also schon lange, wenn nicht immer. Und in den letzten Jahren scheint es aber tatsächlich nochmal so einen neuen Boom, einen Hype gegeben zu haben, dass immer mehr Leute hier für unsere Region Brandenburg und Berlin raus sind aus der Stadt, rein ins Land. Und woran liegt das? Und durch die Restriktion der Covid-Pandemie hat das nochmal einen Extra-Hype gegeben. Das betrifft natürlich nicht nur die KünstlerInnen, sondern allgemein. Viele Leute aus der Stadt wollten raus, wollten in den Garten, wollten ins Grüne. Im Klischee ist das Bild, hier der Moloch, da die Natur. Stimmt dieses Bild? Was suchen und finden Kulturschaffende auf dem Land, wenn sie die Stadt verlassen? Und wofür müssen sie dann doch wieder in die Stadt kommen? Denn ganz ohne den Trubel, die VerlegerInnen, die Galerien, Konzerthäuser und Venues, die Museen, Restaurants, Clubs und Bars, Kneipen geht es wahrscheinlich doch nicht. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich stelle zuerst vor an meiner Seite zur Linken die Autorin und Filmemacher Lola Randl. Ich bin heute in München geboren und inzwischen in der Uckermark beheimatet. Du hast, wir sind beim Du, haben wir gerade gesagt. Ich kann dir auch helfen. Hört mal mein Mikrofon. Du kannst mir auch gerne helfen. Du willst dich selber vorstellen? Nein, 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 nur weil ich es ja weiß. Du musst jetzt erst gucken, aber ich will mal sehen natürlich, ob du das alles richtig weißt. Ich könnte dir ja auch helfen. Gerne immer helfen, auf jeden Fall. Und ich bin da auch komplett eitelkeitsfrei. Nur ganz kurz, damit du es nicht selber machen musst. Gerade dein Roman Der große Garten erschien letztes Jahr und mit viel Beachtung. Und viel Beachtung, wo es auch eben um das Leben auf dem Lande geht. Davor hattest du zwei Jahre vorher schon den Film von Bienen und Blumen. Die gibt es zwar in der Stadt, aber auf dem Land noch mehr und prächtiger. Zu meiner Rechten der Maler und ehemalige Hochschulrektor Johannes Heisig. Ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe und mir noch angelesen habe, dritte Generation Maler, professioneller Maler zumindest, dritte Generation, in Dresden geboren, als Leipzig geboren und in Dresden aber gewirkt dann. Als Hochschullehrer und Maler, der seit fünf Jahren in Küritz wohnt. Und auch übrigens der Träger des Brandenburgischen Kunstpreises, den wir ja auch heute hier feiern. Letztes Jahr, nach dem Jahr kann man glaube ich nicht mehr ganz gratulieren, aber das sei trotzdem erwähnt. Und dann zur Rechten, geht immer, herzlichen Glückwunsch. Und ganz zu meiner Rechten, zu eurer Linken, Nico Weidemann, Musiker und Komponist, der mit Künstlern wie Rio Reiser, Künstlerinnen Gianna Nannini, Rufus Rainwright zusammengearbeitet hat und anekdotisch mit 17 mit Frank Sapper gejammt hat. Und der auch schon seit vielen, vielen Jahren sich nicht ganz niedergelassen hat. Darüber können wir auch gleich reden, wie viel Zeit sind wir denn alle tatsächlich hier in Brandenburg und wie viel dann doch in der Stadt. Aber im Havelland Niederlies, wo er unter anderem auch die Musik für den mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Film beziehungsweise die Serie Babylon Berlin komponiert hat. Dieses Zu Asche, Zu Staub, ihr wisst Bescheid. Ja, erste Frage, ich gebe es einfach in die große Runde. Ihr seid alle in der Stadt geboren und aufgewachsen. Was hat euch, und ich fange direkt zur Linken an bei Lola Randl, was hat dich bewogen, nach Brandenburg zu ziehen und hier viel Zeit zu bringen? Wie viel Zeit ist es? Also ich bin zwar in der Stadt geboren, aber dann in der Provinz aufgewachsen. Und dann hat man ja schon meistens, also ich habe schon ein Dorftrauma und das hat mich dann wahrscheinlich auch wieder aufs Dorf gebracht, weil ich da nur so die prägenden Jahre, fünf bis zehn, also auf jeden Fall bin ich ganz aufs Land rausgezogen. Das ist ja immer die Frage, ist man Wochenendler oder zieht man ganz aufs Land raus? Was bist du? Ich bin ganz rausgezogen vor zwölf Jahren nach Gerswalde in die Uckermark und das war zu so einem Zeitpunkt, wo man eigentlich noch nicht unbedingt und vor allem nicht in der Mitte von einem Dorf leben. Also es hat eher noch Schrecken verbreitet, so in der Mitte eines uckermärkischen Dorfes. Das Haus war auch viel zu groß und dort bin ich hingezogen mit, genau. Und was mich bewogen hat, also ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, es war auch ein relativ naiver Akt damals. Ich glaube, mir wurde Berlin schon recht voll und da, wo ich dann gelebt habe, also bei der Torstraße, da waren halt wirklich sehr viele gleiche Menschen, die alle kreative waren und so immer alles gleich ihre Projekte besprochen haben. Eigentlich bin ich ein bisschen vor dem Berliner Projektmensch, der ich ja auch war und jetzt immer noch irgendwie bin, geflohen nach Gerswalde und dort konnte ich aber das dann auch nicht so ruhen lassen. Also wir haben ja relativ schnell, weil eben so viel Freistand und möglich war, angefangen dann ein Café, dann war das japanische Café, was jetzt vier Jahre lang war und sehr bekannt wurde in Berlin und auch noch mehr, also das haben wir jetzt geschlossen, weil es einfach zu voll wurde. Dann lag es aber auch daran, dass dann gleich sehr intensiv darüber berichtet wurde. Ich habe natürlich, ich bin schon schuld, also oder man könnte sagen, wenn es Schuld gibt und einer die tragen müsste, dann wäre ich das vielleicht. Also ganz kurz, kleiner Halbsatz, ihr habt ein japanisches Café bei euch im Dorf aufgemacht, das natürlich auch in den Medienwald reingerufen und jetzt kamen die Städte am Wochenende und parkten ja die Dorfstraße zu. Genau, es wurde einfach zu voll. Das wurde jetzt geschlossen wegen zu großem Andrang eigentlich und weil man es nicht mehr ändern konnte. Jetzt ist ein Restaurant, was eher schicker ist. Es ist also alles schicker geworden. Es ist ja die Gentrifizierung auf dem Land tatsächlich auch deutlich spürbar, sagen wir mal die letzten zwölf Jahre. Zumindest in der Uckermark ist das schon ein großes Thema. In der Uckermark, ja. Genau, das heißt jetzt muss man reservieren. Das Publikum hat sich auch doch geändert und ich kann es auch nur beobachten. Also man kann es auch nur gar nicht mehr komplett lenken und leiten, aber dort wohne ich also. Seit zwölf Jahren. Herr Heißig, fünf Jahre sind Sie jetzt in Brandenburg. Sind Sie die ganze Zeit hier? Und was hat Sie bewogen, die Stadt zu verlassen? Ich lebe ausschließlich hier. Also wenn ich sage hier, das ist ja 250 Kilometer weiter westlich fast. In der Nähe von Küritz, auch ein kleines Dorf. Und jetzt werden es sechs Jahre bewogen, ist gut gesagt, weil ich bin einfach, ich habe mein Atelier in Berlin verloren, im Zuge der sogenannten Gentrifizierung. Und eines Tages kamen neue Eigentümer und stellten sich vor als Berlin-Wien-GmbH oder so ähnlich. Und die boten mir dann an, dass ich mein Atelier kaufen könne, in dem Zustand, wie es ist. Und dann haben wir uns kurz über den Preis ausgetauscht und uns freundlich angelächelt. Und dann war das Thema durch. Also das war so ein äußerer, ich habe mir nie vorgestellt, dass ich aufs Land gehe. Meine Frau, die wollte immer. Und die hatte dann sozusagen die Möglichkeit, mich in den Hintern zu treten, in die Gänge zu bringen. Und dann haben wir tatsächlich also in diesem Dorf etwas sehr Schönes gefunden. Und ich bin heute drauf und dran, dieser Berlin-Wien-GmbH eine Karte zu schicken. Mit herzlichen Dank, denn ich fühle mich ausgesprochen wohl. Und das korreliert natürlich auch, sagen wir mal, mit dem Lebensalter, was ich inzwischen erreicht habe. Es ist nicht mehr so, dass ich sozusagen jeder neuen Sau nachrennen muss, die durch die Stadt läuft. Und für mich war das ähnlich. Also Berlin wurde einfach zu voll. Ja, beziehungsweise mit einer Extranote. Hier kommt jemand an und schmeißt einen Künstler aus dem Atelier. Das passiert auch erfolgreich, arbeiten Künstler in Berlin. In den letzten zehn Jahren höre ich immer wieder Storys. Auch Leute mit einer Professur, die können dann innerhalb des S-Bahn-Rings nicht mehr arbeiten, müssen noch weiter raus. Also nochmal eine andere Konsequenz als bei Lola Randl, die ja aus einer bewussten Entscheidung dann raus ist. Weil zu viele Leute gleich aussahen auf der Torstraße, um es zuzuspitzen. Hier also eine soziale Komponente. Hat das was mit der Arbeit gemacht? Geht dann auf einmal so ein Kreativitätsfenster nochmal auf? Ändert sich dieses Sujet, ich weiß nicht mal, in vielen Porträts? Auf alle Fälle ist man ja dann in so einer Situation, wo man sich das Ganze auch ein bisschen positiv besetzen muss. Mit dem Bewusstsein, man hat jetzt etwas verloren und geht jetzt aufs Land, weil es anders finanziell nicht mehr zu machen ist. Das wäre eine schlechte Voraussetzung. Aber es ist tatsächlich so, dass zur gleichen Zeit ich da begriffen habe, dass das, was mich jetzt hier auf dem Land in Brandenburg umgibt, dass das alles ein Thema bietet, was ich in der Stadt auch gesucht habe. Denn letztlich geht es in der Kunst halt immer wieder darum, diese grässliche Erkenntnis, dass alles zu Ende geht und vergänglich ist, in irgendeiner Weise zu bannen. Und wo kann man das schöner studieren als in den Jahreszeiten im Werden und Vergehen dessen, was uns an Flora umgibt. Das ist ein schöner Punkt. Nico, wir kennen uns, ich war auch schon mal bei euch da draußen, das ist also im Havelland, ganz in der Nähe von der Havel, eine sehr große Datsche tatsächlich, in der du aber auch schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube sogar seit zwei Jahrzehnten, immer wieder hinfährst, Ruhe findest. Erst als jemand, der in Berlin als Musiker, Musiker brauchen glaube ich noch viel mehr als der Maler, der im Atelier sowieso in Abgeschiedenheit als Individuum arbeitet. Auch die Autorin, bei Filmeschaffenden ist es nochmal anders, aber wenn man schreibt, ist man ja meistens alleine mit seinem Rechner. Da kann man vielleicht auch von der Ruhe profitieren. Aber als Musiker ist man ja eigentlich immer umgeben mit anderen Musikern, man ist in so einem permanenten Austausch. Und jetzt habe ich aber gerade auch in der Anmoderation schon gesagt, du hast da große Stücke deiner Filmmusik für Babylon Berlin auch dort komponiert. Was findest du auf dem Land als Musiker? Also ich muss erstmal widersprechen, dass der Schreibvorgang, das Erfinden von Musik und von Texten ist schon eigentlich eine Arbeit des Rückzugs, ist für mich eigentlich das, mit dem für mich alles angefangen hat und das dann zum Klingen zu bringen und in die soziale Interaktion mit anderen Musikern, ist natürlich das, was im Urbanen passiert, also das Auflösen dessen, was man sich ausgedacht hat in der Jam-Session, die eigentlich jede Urbanität bedeutet. Urbanität ist eigentlich die permanente Dissonanz, ist das permanente Rauschen und ähnlich wie meine Vorredner, es hat natürlich auch, ich werde dieses Jahr 60, es ist was anderes, mit 20 in die Großstadt zu kommen und diese Dissonanz sozusagen für das Rauschen Platz zu haben und das in Musik zu übersetzen, aber ich bin ein Kind der Vorstadt und ein Kind des Großwerdens eigentlich in der Natur, bis ich Abitur gemacht habe im Jahr 80, habe ich eigentlich immer, also bin in der Stadt geboren, aber dann sind wir unserem Vater immer hinterher durch die Provinzen gezogen. Er war aber ein Berliner Großbürgerkind, Jahrgang 33 und hatte dann in, er glaubte dann endlich etwa in der Mitte der 90er Jahre, dass der Russe nicht zurückkommt und hat dann angefangen zu suchen und fand im Hafenland diese Situation mit der Datsche und das war für meinen Vater für viele Jahre nochmal, also für etwa 10 Jahre nochmal seine persönliche Wiedervereinigung. Das muss ich eben immer sagen, ich bin immer eingedenkter Tatsache, auch wenn ich hier rausfahre, dass wir tatsächlich irre privilegiert sind damit, dass die Mauer gefallen ist, aber sie war eben formativ da und auch heute noch, 30 Jahre später merke ich, wenn ich hier rausfahre, diese Linien und wenn wir über Stadt und Land im Speziellen in unserer Situation hier sprechen, in Brandenburg und Berlin, dann muss das erwähnt sein. Es muss erwähnt sein, dass wir es eigentlich immer noch, wenn man ein bisschen kratzt an der Oberfläche mit, das ist die ganze Zeit mein Konflikt gewesen, haben wir es mit zwei verschiedenen Staaten zu tun oder waren es kulturell nicht tatsächlich fast zwei verschiedene Länder geworden. Jedenfalls im Hafenland ist es so, dass ich auch Nachbarschaft erlebe. Ich erlebe auch, dass es wichtig ist, auch in der Datsche Respekt zu haben und man muss Glück haben, gute Nachbarn zu haben, was wir zum Glück haben da draußen. Wir sind also nach dem Tod meines Vaters vor acht Jahren sind wir dann in diese Datsche gekommen mit meinen fünf Kindern, mit meiner Patchwork-Familie und da steht ein Klavier und da bin dann doch ich auch der Einzige, der sich wirklich kümmert um diesen Garten und um diese letztendlich 2000 Quadratmeter und finde sozusagen dann Inspiration und Ruhe und aus der Ruhe kommt Musik gelegentlich oder ein Gedanke. Also das heißt tatsächlich, in dieser Spannung zwischen Stadt und Land merke ich, dass ich zurückkomme in diese Ruhe, die ich hatte als 15, 16, 17-Jähriger, ins Schöpfen. Also das Schöpferische ist tatsächlich mir heutzutage und das schon seit ein paar Jahren. Hier auf dem Land fällt mir viel leichter, weil eben dieses Grundrauschen, von dem ich vorhin sprach, auf eine Art nicht mehr so essentiell wichtig ist, wie es das war. Zuhörend höre ich, also bei Weidemann ist es auf jeden Fall die Ruhe, die du schätzt und findest, auch für deine Arbeit, denn wir sind ja auch alle nicht Leute, die jetzt rausgezogen sind, um Gärtner alleine zu werden, sondern wir bleiben ja Kulturschaffende und bei Heisig ist es genauso, dass man halt als Maler da eben auch über das Auseinandersetzte mit den Vierjahreszeiten, mit dem Werden und dem Vergehen sein Thema findet. Was ich aber nicht unbedingt als Ruhe bezeichnen würde. Okay, dann sagen Sie mal. Also es ist im Gegenteil so, dass ich, und auch das hängt wahrscheinlich wieder damit zusammen, dass ich sozusagen im letzten Viertel angekommen bin, dass ich da eine unerhörte Dramatik drin sehe. Auch in der Art, wie beispielsweise die Natur in Wechselwirkung mit dem Menschen sich darstellt bei mir, was Landwirtschaft bedeutet, was auch dieser industrielle Aspekt von Landwirtschaft, der also dazu beispielsweise führt, dass, ja, von den Insekten wissen wir, dass sie verschwinden mehr und mehr und im Nachgang die Singvögel. Und das erlebt man dann schon, auch innerhalb der fast sechs Jahre, die ich jetzt dort bin, dass sich da was drastisch ändert. Auf jeden Fall, und das können wir gleich auch nochmal diskutieren, das weckt ja auch für so eine Melancholie, wenn nicht sogar Traurigkeit, während in der Stadt immer mehr Tiere auf einmal sich ansiedeln. Vielleicht aber noch, das führt dann doch wieder zu weit. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, ihr beide findet da eine Art von kreative Ruhe oder von Isolation, während du, Lola, tatsächlich ein bisschen so auch die Stadt dann da rausholst. Du hast es gerade beschrieben, ihr habt da eine Gastronomie aufgemacht, die dann leider zu erfolgreich wurde, als dass man sie zumachen musste, dann schließen musste. Also in dem Fall bringst du tatsächlich das urbane Leben, die Esskultur, dann auf das Dorf. Wie hat denn das Dorf das begrüßt und diskutiert, dass ihr dann auf einmal da seid und da was macht? Was gab es da für Diskussionsprozesse? Ja, also bei mir habe ich erstens mal rausgefunden, dass es womöglich doch an meiner Unruhe liegt. Also ich wollte ja auch Ruhe, aber das lag einfach an meinem unruhigen Charakter, dass ich mir das dann wieder rausgeholt habe. Also das heißt, dass ich jetzt glaube, dass ich einfach eine Unruhestifterin bin. Und dann, wie das Dorf reagiert hat, ja erst mal hat das Dorf natürlich uns eher bemitleidet, was wir uns da ausgedacht haben, weil wir auch sehr viel Gehweg haben und das Dorf weiß, dass man zum Beispiel seinen Gehweg sehr ordentlich pflegen muss. Und es hat auch gesehen, wie viel wir zu tun hatten. Und die Arbeit ist ja schon was, was einen erst mal auch gut einen kann. Also wenn man sieht, dass der andere viel arbeiten muss, ist man erst mal willkommen und wenn man dann dort auch viel arbeitet. Ich habe ja auch noch meine Mutter nachgeholt und dann hat uns das Dorf am Anfang auch ein bisschen bemitleidet und gesagt, ihr Armen, ihr müsst schon gucken, woher ihr überhaupt eure Gäste nehmt. Und das Café war ja am Anfang auch sehr leer. Also es war schon wirklich so, über die Jahre ging das. Und jetzt ist es schon natürlich schwierig, als dann alles zugeparkt war, ist es natürlich auch schwierig. Und wenn dann Gerswalde so bekannt ist und es weiß gar nicht, warum und wie ihm geschieht, genau, dann gab es halt natürlich die Parkverbotsschilder und Strafzettel. Und so, das ist jetzt, es ist so ein Prozess, es ist ja alles so, es reagiert ja immer so aufeinander. Und ich reagiere ja dann auch wieder darauf und jedes reagiert auf alles. Also das heißt, ich könnte jetzt gar nicht, müsste man mal so ein Stimmungsbild im Dorf einfangen. Man redet aber noch mit dir, dass du ein Stimmungsbild einfangen könntest. Ja, das wäre eigentlich interessant, wenn ich jetzt so eine soziologische Feldforschung dort betreiben würde, wobei es ja schwierig ist, weil ich bin ja sehr involviert. Und wie ich dir ja schon gesagt habe, werde schon als die Anstifterin des Ganzen gesehen. Also ich habe jetzt eher das Bedürfnis, schreiben könnte ich dort gar nicht. Also das geht wirklich nicht, das ist wirklich viel zu unruhig. Aber da ich die Unruhe ja immer mitnehme, ist es auch schwierig. Aber jetzt habe ich ein ganz strenges Korsett gefunden, wo ich fast nicht raus kann. Und da schreibe ich an einem Ort, der auch wirklich geheim ist. Aber das ist ja eine wesentliche Information, aber ich finde, du hast diesen Prozess so schön beschrieben, wie man da erstmal ankommt und diese Dörfer, alle Dörfer, die ich hier gesehen habe in den letzten 27, 28 Jahren, wenn ich durch Brandenburg und die Striche gefahren bin, weil es gab ganz, ganz, ganz viel Leerstand. Viele Leute sind weggezogen, es gab Immobilien, die waren da schon ziemlich schrottig, die wollte auch keiner haben von der Autochtonenbevölkerung, die also hier geblieben ist mit ihren 70, 80 Prozent, die hier geblieben sind. Und dann gab es wahrscheinlich auch erstmal eine Begrüßung dessen, dass da jemand sich diese Immobilien annimmt, da wieder Leben reinbringt, bis das dann eben, es gab glaube ich ein Zeitdossier über euch, wo das lang und breit erzählt wurde, wo dann auch die Leute dann durch die Vorgärten, ich stehe da auf einmal, die dann Kaffee trinken, bei den anderen durch die Vorgärten laufen und mal kurz die Möglichkeit abchecken, da einen Garten zu kaufen. Das ist ganz verständlich, dass das natürlich allen zu viel ist. Ja, es wurde aber auch schon so ein bisschen erfunden, muss man sagen, aber man wollte es auch erfinden. Also es gab ja dann diese Aufkleber, wo immer so Hamptons durchgestrichen, Uckermark, die klebten überall in Berlin und man wurde einfach so verfolgt. Es war eigentlich noch gar nicht so, aber dann wurde schon, genau, dann gab es so verschiedene Artikel, unter anderem dieser Hipsterdorf und dann war es ewig lang immer dieses Hipsterdorf und dann kamen natürlich auch erst die Hipsterdorf, also das wurde erst Hipsterdorf genannt und dann kamen natürlich Leute und haben geguckt, wo sind die Hipster hier eigentlich und es war gar nicht so erkennbar, aber dann, wenn sie natürlich dann alle da sind, um zu gucken, wo die sind, dann hat sich das auch so ein bisschen selber entwickelt. Das hat ja dann so eine gewisse Dynamik. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Frage an Johannes Heisig, aber die stelle ich gleich. Wäre es eine Strategie, Küritz jetzt oder das Dorf in der Nähe von Küritz, wo Sie leben und arbeiten, als das Malerdorf auszurufen, dass dann auf einmal nur noch Maler da sind oder wäre das die Hölle auf Erden? Ja, ungefähr, ja. Nee, ich, es gab ja, also weil unsere Veranstaltung hier unter dem Titel Künstlerkolonien läuft, ich habe mich da mal ein bisschen informiert, es gab ja tatsächlich sowas. Es gab bei Neuruppin Gildenhall, das war eine Kolonie von Künstlern und Kunsthandwerkern in den 20er Jahren und das kann man natürlich, das hat dann viele synergetische Effekte und wir wissen es von Dresden, Hellerau beispielsweise, dass das großartige Resultate erzeugen kann, nur bin ich halt nicht... Hellerau ein Stadtteil ist von Dresden, das wächst ja ran, das ist ja nicht wirklich draußen. Ich meine Dresden-Hellerau im historischen Sinne, diese Werkstätten in Dresden-Hellerau und damit verbunden das Festspielhaus und das war ja mal ein zentraler Punkt der europäischen Moderne Anfang des letzten Jahrhunderts. Also darüber könnte man natürlich reden, ich gehöre nur leider zu denjenigen, die die Grenzen der Neurose streifen und andere Leute eher vertreiben aus ihrem Atelier und ich brauche ganz einfach dieses Selbstgespräch und ja, das andere sind dann Verwertungszyklen, die dann wieder kollektiven Charakter annehmen, aber wenn ich arbeite, muss ich so allein sein, dass gelegentlich auch meine Frau sich drüber ärgert. Und was ist für eine Kommunikation mit den NachbarInnen im Dorf? Hast du mal offenes Atelier gemacht oder ausgestellt in der Dorfkirche? Was findet da für ein Austausch statt? Oder leben sie da ganz alleine für sich und reden mit niemandem im Dorf? Nein, ich habe, als wir da hinzogen, ein Fest gegeben, habe sie alle eingeladen und es kamen auch relativ viele und dann ist man natürlich auch nicht nur Künstler, sondern auch Mensch und redet miteinander und hilft einander und im Übrigen bin ich jetzt Vorsitzender des Fördervereins für die Dorfkirche. Das ist mein Beitrag und da kommt nochmal eine ganz andere Ebene rein, die mich auch interessiert und das sind so die Kanäle, wo ich versuche zu kommunizieren. Dann ist natürlich der Garten und man tauscht Pflanzen aus und macht dies und jenes zusammen. Also wir sind ganz herzlich empfangen worden. Das war für mich eigentlich eine Überraschung, weil ich dachte erst, dass da mir mit Skepsis begegnet wird. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass zumindest in diesen westbrandenburgischen Regionen es eine bestimmte fast professionelle Herzlichkeit gibt und was da unter der Oberfläche noch alles mitschwingt, das weiß man anfangs nicht so richtig. Und es kommt dann gelegentlich zu Tage, zum Beispiel als es die ersten Lockdowns gab. Da wurde dann plötzlich sehr genau unterschieden, wer aus Berlin kam und wer eben Ureinwohner ist. Ja, und das sind so Dinge, die man dann lernt. Wie haben Sie das dann gelernt? Wurden Sie dann da ausgegrenzt oder angegrenzt? Nein, inzwischen hatte ich ja Hauptwohnsitz da und man konnte mir das nicht mehr sozusagen anhängen. Aber Nachbarn, die also seit 25 Jahren jedes Wochenende rauskommen, die wurden dann plötzlich, da gibt es ja dann so WhatsApp-Gruppen und sowas und dann wurde denen gesagt, dass sie nicht mehr jetzt erstmal erwünscht sind. Und da nahm das Ganze plötzlich doch einen Zungenschlag an, der uns alle doch ziemlich erschreckt hat. Das hat sich inzwischen wieder gegeben. Aber es gibt, das muss man vielleicht auch sagen, also die ganze Infrastruktur der Dörfer ist natürlich fast kaum noch vorhanden. Es gibt bei uns im Dorf keine Kneipe mehr, es gab mal zwei. Es gibt keinen Kindergarten mehr, keine Schule mehr, keine Verkaufsläden mehr. Null, da kommt zweimal in der Woche ein Bäckerwagen durch. Und dieses Zusammenkommen in einer Gaststätte abends und das gemeinsame Bier trinken, das ist eben, gibt es nicht mehr. Und da könnte man wahrscheinlich ja doch dann bei solchen Gelegenheiten vieles von dem, was so atmosphärisch ist, besprechen. Und ja, das ist ein bisschen, das finde ich, müsste man in irgendeiner Weise wiederbeleben. Ein Atelierstammtisch jeden Donnerstag, wobei, ich glaube, das... Wir haben wirklich ausgesprochen gute Ideen, muss ich sagen. Und jeder kann seinen selbstgemachten Zwätzchen-Schnaps mitbringen. Aber das ist tatsächlich kein Brandenburger Phänomen. Ich habe da auch Dokumentationen in Hessen, in Baden-Württemberg. Also auf allen Dörfern gehen die Kneipen ein, und zwar seitdem jeder einen Fernseher hat. Und da kriegst du dann deine News. Vor allem wegen, seitdem es die WhatsApp-Gruppe gibt. Ja, geht keiner mehr in die Kneipe. Du hast gerade ganz laut Ja geschrien, als Johannes Heise hier gerade gesagt hat, dass da dann eine unfreundliche Stimmung aufkam für Leute mit Berliner Kennzeichen. Ja, es geht den ganzen Bogen. Es geht sozusagen der Nachbar oder die Nachbarin mit ihren beiden Kindern, die so alt sind wie mein jüngster Sohn. Das geht dann den Weg von, dass dieses Kind meine CD ganz stolz hört. Ein Schulkind. Und die ist begeistert davon, dass da aus der Stadt einer kommt, der eine eigene CD hat und spielt die dann rauf und runter. Und es entsteht sowas wie eine nachbarliche Freundschaft über die Kinder. Und es gibt auch Einladung, komm mal in die Stadt mit deinen Freunden. Ja, die gehen immer einmal die Woche oder einmal im Monat zusammen, fahren sie nach Rathenow und gehen da essen oder fahren nach Nauen zum Essen oder fahren mal nach Potsdam. Ich sage, komm nochmal in Prenzlauer Berg. Und so, und dann passiert Corona und dann steht einfach der Onkel vor dem Gartentor und sagt zu meinem kleinen Sohn, kommt hier nicht rein. Die Oma ist da, die Oma sitzt, das war jetzt April letzten Jahres im ersten Lockdown, und die Oma sitzt wirklich auch da in dem Garten. Aber es wendet sich wirklich der Rücken zu und auch die WhatsApp-Kontakte werden geringer und der Kleine kommt wirklich fast mit Tränen in den Augen zurück zu uns und sagt, die lassen mich nicht rein. Und dann gehe ich hin und spreche nochmal mit dem Onkel und sage, dass er sich wohl im Ton verteilt hat. Also es ist schon, genau wie Johannes sagt, tatsächlich so, dass die Pandemie wie auch überall anders, wenn man genau hinguckt, in dieser, sage ich mal, wie soll ich sagen, überschaubaren und auch mikroskopisch sehr eigentlich einfach zu beobachtenden Situation Nachbarschaft extreme Unterschiede und extreme Reaktionen hervorbringt. Aber das ist vielleicht auch eine Spezialität des Havellandes, wenn ihr das beide beschreibt, weil ich hatte das hier im Oderbruch null erlebt, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Uckermark war, ob es da auch dann Ressentiments gibt oder ob sowieso alles Prenzlauer Berg inzwischen ist. Nee, bei uns kam schon auch alles raus, aber es kam ja fast alles raus mit der Pandemie. Also es war wirklich so, es gab natürlich, die Berliner haben wirklich ihre Autos versteckt, also die Wochenendler und auch die Zugezogenen haben jetzt also alle, jede Kluft und alle Widersprüche und alle verdrängten Sachen oder irrationalen Ängste, die man sonst irgendwie geschafft hat zu verdrängen, kamen ans Tageslicht, würde ich sagen. Teilweise in der ersten, im ersten Lockdown natürlich am stärksten, dann im zweiten, jetzt ist es wieder so. Aber man hat es gesehen, aber genau das, was auch vorher schon zu spüren war, eben auch sowohl, wo kommt man her, was macht man da, wie ist es eigentlich mit den Nachbarn? Und dann, doch, das kam schon sehr stark raus auf dem Dorf, was ja eigentlich absurd ist, weil es ja wirklich dort relativ viel freie Luft und Abstand möglich ist. Ich habe vorhin schon mal ein Thema angeschnitten, ich möchte das nochmal kurz vertiefen. Wir sind alle aufs Land gekommen als StädterInnen, weil wir was gesucht haben. Die Ruhe, die Schönheit der Natur, ein bisschen die Abgeschiedenheit und Isolation vielleicht. Und die Frage ist, was bringt man denn mit? Jetzt ist die Kunst natürlich frei, die Kunst muss nichts, die Kunst kann machen, was sie will. Aber du hast es gerade gesagt, mit der Kindergeschichte, bevor dein Sohn da zurückgeschickt wurde, dass da eben ein Austausch ist, weil sie die CDs gehört haben. Ich kenne hier die Geschichte von einem alten japanischen Maler, der ein paar Dörfer weitergewohnt hat und aus Berlin hier nach der Wende hinkam. Tatsuko Yoko, der dann auch erstmal noch als ethnisch Andersaussehender im Oderbruch 1992 erzählte das bei Max Mors, Max Bauers, Bauersuchkultursendung, dass er dann einfach von den Leuten auch tatsächlich einfach mal angestarrt wurde. Und ich habe ihm mal Hallo gesagt, aber die sagen nichts. Und er hat aber dann angefangen, die Kinder einzuladen und mit denen Malworkshope zu machen. Und wenn man da jetzt im Dorf rumfragt, ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute, die jetzt erwachsen sind, mit dem japanischen Künstler mal gemalt haben als Kinder oder meditiert haben. Ich dachte, du hast meditiert, das hätte ich den Menschen niemals... Also dieser Mann, Künstler, egal welchen Rang es ist, dieser Mensch ist als Städter da hingegangen und hat da gewisse Samen gesät oder hat da was gemacht, hat den Leuten auch was mitgebracht. Nico, hast du was mitgebracht? Du hast es gerade mit dem Sohn erzählt, mit der Geschichte, aber was passiert da für ein Austausch? Ja, es war auf jeden Fall sicherlich auf dem Weg und da ist natürlich die Pandemie ein Rückschlag, dass man mal, weiß ich, es gibt ein wunderbares Freibad an der Havel in Kitzin und da finden eben feste statt und da spielt auch mal eine Band und da wurde ich dann schon auch mal gefragt. Ich habe einen super Nachbarn, der sich um auch die Integration der Flüchtlinge gekümmert hat, der im Havelandkreis dann auch tatsächlich für syrische Flüchtlinge im Ort, Wohnort gesucht hat, der mir die CD von einem Syrer gegeben hat. Den habe ich dann kennengelernt und es... Also sicherlich wäre er dort... Der lebt auch immer noch in der Stadt, der hat als Tankwart gearbeitet, dann ist er da und er macht wirklich sehr schöne Musik. Es wäre schon und es ist auch sicherlich wieder aufzugreifen, aber ich würde, um es kurz zu sagen, die Pandemie hat jetzt doch mal so eine Art von Verkrampfung, es hat sich alles so zusammengezogen und genau auch wie Lola sagt, es fängt an sich so ein bisschen wieder zu normalisieren. Also dieses Pendel schwingt und wir hoffentlich pendeln uns auf ein neues Normal ein, in dem dann langsam aber sicher vielleicht wieder Vertrauen möglich ist, weil alles basiert auf Vertrauen. Habt ihr mit eurer Gastronomie und auch ihr seid ja tatsächlich diejenigen, die am ehesten als Kolonie oder als Kollektiv zu bezeichnen sind, hier von uns Vieren auf der Bühne. Sind die Leute bei euch aus dem Dorf bei euch auch ins Café gegangen? Habt ihr vielleicht auch irgendwie tatsächlich jemand gehabt, der da mitgearbeitet hat oder gastronomische Impulse gesetzt hat? Irgendwer anders sagt da mal jetzt auch ein Café auf? Genau, also es ist, bei uns ist es so, es gibt ja jetzt schon sehr viel neue, festzugezogene und tatsächlich haben wir eine ziemlich gute Infrastruktur. Also es gibt Schule, Kindergarten, Apotheke, zwei Supermärkte und es sind auch nur 800 Einwohner. Also es gibt im Grunde alles, Arzt und auch die Neuen fangen jetzt an, eine neue Infrastruktur mit aufzubauen. Also die Gegenüber machen jetzt ein Geburtshaus, es gibt wieder eine Hebamme. Es gibt ja auch viele, die jetzt zum Beispiel in der Stadt Kunst studiert haben und jetzt denken, sie machen doch Handwerk. Also es gibt ja doch so einen Boom von neuem Handwerk und so ein bisschen auch so ein Landideu mit inklusive Infrastruktur. Also bei uns, die vom Dorf gehen jetzt nicht, ging nicht sehr viel ins japanische Café, aber zum Fischräucherer schon. Also es gibt gemeinsame Nenner, Flohmarkt Fischräucherer. Jetzt ist so ein Käsemann da, das ist noch ein bisschen fremd. Aber man muss halt, also genau, wenn man sowas hat wie eigentlich ziemlich simple Tauschgeschäfte sind eigentlich die Besten sozusagen, die Frucht gegen die Marmelade und am besten tauscht man einfach relativ einfach und lernt auch sich so ein bisschen mehr Leben und Leben lassen. Weil am Anfang, wenn man neu kommt und fest dort ist, denkt man natürlich, man müsste sich jetzt wahnsinnig stark integrieren und auch die anderen, die da neu gekommen sind, machen dann immer sowas, irgendwelche Projekte, wo Einheimische eingebunden werden sollen. Aber das ist ja absurd. Also Städter, die jetzt aufs Dorf kommen und dann Workshops machen, wo die Einheimischen oder wo sie irgendeine Integration spielen wollen. Das merkt man, wenn man dann im zehnten Jahr... Da kriegt das Wort Kolonie eine ganz andere Konnotation auf einmal. Absolut. Ehe, man ist ja auch, wird auch schon jetzt als Frau, die aus dem Westen kommt, habe ich das schon auch deutlich zu spüren bekommen, dass ich auch als, ja, Kolonialismus durchaus ist. Weil klar, zu dem Moment, wo man nicht wusste, das ist ein großes Haus, das wollte keiner haben, aber das Bild wendet sich ja dann später, wenn man irgendwie was so... Aber genau, das heißt, erst mal kommt man, man will sich unbedingt integrieren und dann merkt man aber auch, gut, man ist anders. Man kann sich aber vielleicht trotzdem irgendwie Nachbarn sein. Das schließt sich jetzt nicht auch aus. Nico hatte das ja eingangs in seinem Statement schon beschrieben, dass er tatsächlich diese Erfahrung, dass es einmal zwei Länder waren, was natürlich andere Generationen noch viel stärker spüren und gelebt haben, diese Trennung oder leben mussten, als eine jüngere Generation. Aber das hast du auch gespürt, wie er das beschrieben hat? Ja, mich hat, also ich habe es sehr stark gespürt. Also und ich hätte es ja davor in Berlin auch schon spüren können, da habe ich es irgendwie nicht so ganz begriffen. Und es hat mich dann doch auch gewundert, dass ich jetzt quasi mehr als 30 Jahre später auf einmal das, aber so ist es ja auch mit so Traumas und Geschichte. Es kommt einfach so viel später nochmal anders wieder hoch und ich hatte das gar nicht geahnt, als ich aufs Land gegangen bin, dass das die beiden Länder und dass das nochmal so hochkommen würde. Und das ist ja immer noch total da. Und es ist schon auch wahnsinnig interessant, finde ich. Kannst du versuchen, ganz kurz zu beschreiben, weil wir gerade dran sind, wie sich das äußert? Naja, auf dem Dorf. Kannst du irgendwann das festmachen? Ich finde es ja eh interessant, wie das Dorf sich sozusagen, und also die Geschichte dort ist ja nochmal anders. Also ich habe darüber lange nicht nachgedacht, also mit dem Feudalismus und dann den Nazis und unser Haus, da gibt es auch so Bilder, das ist alles, also da waren die Nazis auch relativ erfolgreich, weil es einfach mal so eine Befreiung vielleicht war, weil die waren ja auch davor ziemlich unterdrückt und hatten alle echt nur so kleine Häuser. Genau, also die hatten wahnsinnig wenig und waren dann so da. Und dann, wie es danach weiterging, das waren ja wilde Umwälzungen immer in der Geschichte. Und es ist alles noch spürbar, das hatte ich nicht vermutet. Und die DDR ist natürlich auch extrem spürbar. Und dann komme ich so und will dann so, habe so ganz andere, komme aus so einer Öko-Familie, aus Westdeutschland. Und es ist ja in allem spürbar, was man isst, wie man sich begrüßt, wie man die Hände schüttelt, so Habitus. Und genau, ich komme jetzt eigentlich aus einer relativ einfachen Familie, aber eigentlich nur, was den Habitus schon angeht, ist es dann so anders und so intensiv spürbar. Auch dieses Händeschütteln, das war am Anfang, musste ich das überhaupt erst mal lernen. Wie begrüßt man sich? In den 80ern, in den Westen, nicht mehr gemacht, war nicht schick, war zu bürgerlich, war spießig. Genau. In gewissen Kreisen. Und dann auch so, wie jetzt ist das mit den Handwerkern, das ist ja auch lustig. Es gibt quasi ganz viele Künstler überall oder ganz viele Besitzende. Und es gibt quasi gar keine Handwerker mehr. Jetzt reißen sich alle Künstler um diese Handwerker und die reagieren ja auch wieder darauf, dass sie jetzt so heiß begehrt sind. Und dieses ganze Arbeitsverhältnis stimmt irgendwie nicht mehr. Also es gibt einfach dieses, Leute, die noch arbeiten wollen, gibt es nicht mehr. Und ich finde es so interessant, dass auch niemand diesen Gehsteig, also wir würden niemanden finden, der unseren Gehsteig zum Beispiel macht. Auch keinen, der den Gehsteig nennen würde. Das ist ein sehr bayerisches Wort. Da geht es schon los. Da bist du schon draußen. Wobald du Gehsteig sagst, tschüss. Genau, wir heißen es nochmal. Bürgersteig. Bürgersteig, Bürgerinnensteig. Aber das ist nicht, genau. Und das finde ich aber faszinierend, dass es, und aber auch dieser ganze Wandel, der ja global auch ist, also mit der Arbeit, das ist schon sehr interessant. Und dann kommt jetzt dann auch noch dieses Instagram daher. Das war ja am Anfang auch nicht so stark. Also bei uns kommen ja ganz viele Menschen, wollen dann selber wieder in den Garten, um dort ihr Instagram-Bild zu machen, sozusagen mit der Artischocke oder dem Ding oder was auch immer. Und das ist wild. Also auch die letzten drei Jahre, wie sich es nochmal geändert hat, ist wild. Weil das Netz aber auch schneller geworden ist. Ich weiß, vor fünf Jahren hatten wir hier nicht genug Netz und ich habe das als eine große Ruhe und Befreiung empfunden, weil ich nicht dauernd irgendwie nochmal Spiegel.de dauert zehn Minuten, bis ich das aufgebaut habe. Und auf einmal hatte ich wieder ein Buch in der Hand und lese lange Texte. Und Freunde und Freundinnen, die vorbeikommen, haben nicht noch einen Termin und müssen gleich weiter, sondern man bleibt und macht noch eine Flasche auf und noch eine und noch eine. Und die Ideen und die Gespräche und alles wurde größer. Aber ich finde das großartig, was du jetzt gerade angerissen hast. Das ist ein Stoff für drei Panels. Das ist diese Verwürfnisse und Umwälzungen, die die Geschichte mit ganz Deutschland, aber auch mit dieser Region ganz insbesondere nochmal gemacht hat. Und die nach wie vor in Bewegung sind und ist und was glaube ich auch lange Zeit in den letzten 30 Jahren wenig diskursiv behandelt wurde. Es sind aber gewisse Sachen, die haben immer beschwiegen worden aus verschiedenen Gründen. Und eins möchte ich nochmal aufmachen, denn wir reden jetzt hier darüber, als wären wir die ersten Leute aus dem Kulturleben, die aufs Dorf gezogen sind beziehungsweise Sie haben es gerade gesagt, Sie haben auch mal ein bisschen recherchiert. Und natürlich gibt es diese Beispiele für Künstlerkolonien und für Künstler. Und ich habe auch eingangs nochmal Berthold Brecht erwähnt und John Hartfield kommt hier ganz aus der Gegend. Also das gab es schon immer. Ich bin gerade beim kurzen Rundgang der Exponate vom Kunstpreis Brandenburg. Da gibt es eine tolle Arbeit von Christiane Wartenberg, die glaube ich auch Anfang der 80er, Mitte der 80er aus Ostberlin hier hingekommen ist in den Oderbruch. Und es gibt viele KünstlerInnen, die damals in den 80ern hier rausgekommen sind, aus Ostberlin kommt, nach Brandenburg rein. Es gibt die kulturlose Tage. Ich glaube, das ist auch aus dieser Gruppe im weitesten mit organisiert. Also vor dem Mauerfall. Bitte, vor dem Mauerfall. Ja, Mitte der 80er. Der Mauerfall war 1989. Das habe ich jetzt gerade mal vorausgesetzt. Aber vielleicht an Sie nochmal die Frage, Johannes Heisig. Was konnte man denn in der DDR, wenn man als Künstlerin gearbeitet hat, hier dann auf dem Land besser machen und finden als in der Stadt? Gab es da andere Bedingungen oder ist das das gleiche wie heute? Nicht ganz. Also es gab eine ausgeprägte staatliche Förderung mit dem Ziel, dass Künstler aufs Land gehen. Also nach dem Studium konnte man zinslose Kredite kriegen, um Häuser zu kaufen. Und es wurde also alles getan, damit sich nicht zu viele Künstler in den vier Ballungszentren sammeln. Weil das war ja auch immer ein bisschen ein Potenzial für Unruhe. Und sie so ein bisschen übers Land zu verteilen, schaffte eben. Und dann gab es natürlich auch viele, die eben diese Angebote, den Platz, den es da plötzlich gab, genutzt haben und damit glücklich waren. Und dann auch teilweise als alternative Lebensform versucht haben, sich dem Getriebe in dieser Gesellschaft zu entziehen, weitgehend, soweit das ging. Und viele kannte ich, die plötzlich als Schafzüchter irgendwo in Mecklenburg ihr Geld verdienten oder eine Tischlerei aufmachten. Also das war so ein Gemisch aus staatlich Gewolltem und eben auch damals schon ein Rückzug. In den staatlichen Willen haben Sie gerade kurz im Halbsatz gesagt, damit da nicht so viele Unruhestifter in der Stadt sich ballen. Aber wenn man der DDR als sozialistischen Staat vorgeblich ihren Idealismus mal abkaufen will, for the sake of the argument, kann man ja auch sagen, vielleicht ging es ja auch genau darum, Bauernland, eben nicht mehr in Junkerhand und der Städter und der Bauer und der Akademiker und der Künstler und der Landwirt, die Landwirtin vermischen sich. War das auch seine Intention da drin, das zu fördern aktiv? Da gab es sicher irgendwelche Utopien und Visionäre, die sowas vielleicht im Kopf gehabt haben. Eher noch in der früheren als in der späteren DDR. Aber das ist sehr schnell geerdet worden. Darum ging es eigentlich weniger. Das war eine Fiktion. Aber ich würde schon sagen, dass man muss immer sehen, je mehr Künstler sich damals in diesen Ballungszentren konzentrierten, desto weniger konnte verteilt werden an den Einzelnen. Und wie wir alle wissen, ein hungernder Künstler ist ein unruhiger Künstler. Und das Widerstandspotenzial, also die offizielle Kulturpolitik zielte darauf ab, dass möglichst alle gut von ihrer Arbeit leben können. Und da wurde zum Beispiel eben, das fing an bei den Studienplätzen, die limitiert waren, drastisch limitiert waren. Ich war ja damals an der Kunsthochschule. Wir haben in Dresden, einer der ältesten Kunsthochschulen in Deutschland, jedes Jahr fünf Leute für Malerei immatrikulieren dürfen. Und das ist natürlich, heute sind es, glaube ich, das Zehnfache etwa. Das ist Wahnsinn. Aber es ist eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Damals hat der Sozialismus aktiv KünstlerInnen hier ins Ländliche gebracht. Sie wurden vom Kapitalismus aus der Stadt vertrieben, um es als Pointe zuzuspitzen. Aber als jemand, der dann auch einfach als Weggefährte dabei war, aber eben in der Stadt geblieben ist als Hochschullehrer, als Hochschulrektor, und dann aber in Austausch mit den ländlichen Künstlern. Was hat denn das Land mit diesen KünstlerInnen gemacht, die in den 70ern, die in den 80ern raus sind aufs Land, im Vergleich zu denjenigen, die in der Stadt geblieben sind? Da ich nicht zu denen gehörte, ist es natürlich schwer von mir aus, das zu beurteilen. Ich habe es also immer impressiv mitgekriegt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die meisten von denen die Reibungsfelder in der Stadt, den Kollegenkontakt und so weiter, dann doch vermisst haben. Und dann gab es natürlich jegliche Form von Eigeninitiative. Eben da war zum Beispiel die Gründung von Künstlerkolonien, glaube ich, intensiver, als es heute ist, der Fall ist. Denn das hatte ich ja eingangs im Statement auch gesagt, also Kunst ist natürlich a priori erst mal ein städtisches Phänomen, wo viele Leute eng zusammen sind und andere Mittel noch mal nutzen, als den rein verbalen Austausch, wie wir das jetzt machen, um sich eben auszudrücken. Aber es braucht ja auch ein Publikum, es braucht einen Resonanzraum, es braucht einen Raum, wo man müßig geht, wie die Clubs und Bars und dann irgendwie mit seinen Freunden ziellos spricht und auf einmal auf die größten Ideen kommt, um sich wieder gegenseitig die Bühne zu bereiten. Und Nico, gerade für dich als Musiker, du hast gerade gesagt, ja, du kannst dann in der Zurückgezogenheit dann da schreiben, am Klavier und vor allem auch am Text dann alleine arbeiten. Aber am Ende des Tages brauchst du ja auch die großen Konzerträume, die sind ja natürlich erst mal nicht auf dem Dorf. Und du brauchst die Tourneen, du brauchst die Booker, du brauchst die Verlage, die Labels und auch eben die Jams mit den Kolleginnen. Wie ist das für dich? Könntest du ganz rausziehen aufs Land oder ist das Pendeln, diese zwei Orte, essentiell? Ja, ganz klar ist es essentiell. Aber so tendenziell, wie ich sagte, ist es jetzt mehr, dass ich auf dem Land eigentlich mehr Zeit verbringen möchte. Wenn mein Kind jetzt nicht in der vierten Klasse wäre, dann wäre es wirklich noch mehr draußen. Du hast mir eingangs vorhin auf dem Balkon die Geschichte erzählt von Friedrich II., der eigentlich auch ein Pendler war zwischen der Stadt und dem Land und der dann identische Bibliotheken hatte. Einmal auf seinem Landsitz und einmal in der Stadt. Und dann, wenn er aber auch gelesen hatte, dann musste das Lesezeichen von seinem Bibliothekaren auch in einer anderen Bibliothek mitversetzt werden. Das Problem der zwei Haushalte, du hast es, ihr beide nicht. Du bist die ganze Zeit in der Uckermark. Aber wann vermisst du die Stadt? Wann gehst du in die Stadt? Wann brauchst du die? Ich vermisse sie eigentlich relativ stark und habe jetzt so eine Stadtsehnsucht, aber habe einfach keine Zeit. Dann fahre ich jetzt nur ganz schnell rein und stelle mich in so einen Stau und atme diese Stadtluft ein. Und was machst du dann, wenn du in der Stadt bist? Es ist mir total egal. Ich will niemanden treffen. Ich treffe ja auch alle eher in Gerswalde dann. Das ist ja so, dass es dort auch tatsächlich eher die Bühne ist. Und dann vermisse ich, wenn dann die Anonymität tatsächlich der Stadt. Und dann stelle ich mir vor, wie es mal ist, wenn ich wieder in der Stadt wohnen würde. Oder so. Und alles, was ich eigentlich nicht so gut ertragen habe, kann ich jetzt ziemlich gut ertragen. Es ist aber auch nur in der Sehnsucht. Also in der Sehnsucht ist ja immer alles anders. Da stellt man sich so manches anders vor. Und diesen toller künstlicher Motor oder Inspirator, um überhaupt was zu machen. Also du fährst in die Stadt nicht zum Shoppen, nicht zum neue Schreibmaschine, macht man nicht mehr oder whatever kaufen, nicht zum Verlegerin treffen, sondern du setzt dich da auf den Gendarmenmarkt und bestellst dir einen Kaffee und sitzt alleine. Ich warte schon bis zum Termin. Aber der Termin ist für mich eigentlich ein bisschen unwichtig, weil oft wollen die Termine sagen dann auch noch, ich komme auch gerne zu dir aufs Land raus oder wollen dann mich auf dem Land besuchen. Und ich suche schon einen Termin. Dann fahre ich aber in die Stadt und genieße quasi alles. Die vollen Straßen, das Gedränge, eine U-Bahn, also so ganz banale Sachen, die man früher immer gedacht hat, oh Gott, man ist eine Dreiviertelstunde nur unterwegs, so sinnlos, das könnte ich jetzt genießen zum Beispiel. Aber das ist man ja hier auch, eine Dreiviertelstunde unterwegs. Vor allem, Sie haben es eingangs gesagt, zweieinhalb Stunden haben Sie jetzt hierhin gebraucht. Und der nächste Künstlerfreund, Freundin ist natürlich nicht direkt um die Ecke für den Austausch. Wenn ich Nico besuchen wollte, müsste ich auch zwei Stunden fahren. Da sind die Wege natürlich eine Dreiviertelstunde von Wedding nach Kreuzberg ein bisschen kürzer in der Stadt. Johannes Heisig, was vermissen Sie nach fünf Jahren Landleben an der Stadt am meisten? Also nicht sehr viel, aber was ich wirklich vermisse ist, abends mal irgendwo essen zu gehen, essen gehen zu können oder natürlich Kino, Theater, all diese Sachen. Hätte man gerne schon ein bisschen häufiger. Aber jenseits dessen, muss ich sagen, nicht mehr viel. Nico, was vermisst du am meisten an der Stadt, wenn du auf dem Land bist? Ich meine, abgesehen davon, dass ihr natürlich eure, ganz kurz an Heisig noch, Pinsel, Farbe etc., dafür muss man dann auch zum Großankauf in die Stadt? Jein. Oder kommt das mit dem Internet jetzt? Beides, ja. Es gibt heute entsprechende Versandhäuser, die das machen, ja. Nico, als Letzter? Nee, ich bin sozusagen immer eine knappe Stunde unterwegs und das lässt sich machen. Ich kann also auch wirklich morgens um sieben aufstehen und bin um acht in der Stadt. Ich pendle und insofern habe ich an der Stelle keinen Bedarf. Ich habe Bedarf nach Raum. Also Raum ist sowohl in der Stadt, natürlich eine wahnsinnig knappe Ressource, auf dem Land ist der Raum natürlich der große Garten, aber tatsächlich auch da würde ich gerne eigentlich mir eine Art Artelier, also wirklich einen Raum, der dann eine bestimmte Größe braucht, um Resonanz zu haben. Das fehlt. Wenn mich mir was erwünschen könnte oder erträumen könnte, dann wäre es das. Abschließend muss ich mir schnell noch was Schönes einfallen lassen. Ich glaube, was die Künste, ob es jetzt Film, Schriftstellerei, Malerei, Bildhauerei, Musik angeht, was die Künste neben Kunst sein und Schön sein, ja auch können, ist, dass Leute zusammenbringen. Sie ist ein soziales Medium. Josef Beuys sprach von der sozialen Plastik. Man kann unterschiedlichste Altersgruppen vor einem Kunstwerk finden und auf einmal sind die in Austausch miteinander. Man kann unterschiedliche Einkommensgruppen, nationale Leute, egal wo man herkommt, mit einem Kunstwerk ist man auf einmal im Austausch miteinander. Und wir erleben, glaube ich, alle diesen Dialog zwischen Stadt und Land als sehr, sehr fruchtbar und abgesehen von allem Persönlichen, was da in Entspannung mit dazukommt. Und insofern schließe ich mit dem Satz, baut die deutschen Bahnwege weiter aus, damit wir nicht alle mit dem Auto immer pendeln müssen und im Stau stehen müssen. auf einen regen Austausch mit den Künsten. Vielen Dank.